Die SAS hat erstmal selber die Vorbildfunktion, das heißt die hat selber die Ziele erreicht, wo ich hin möchte. Man merkt, dass da wirklich nicht nur gesprochen wird, sondern dass da Erfahrungswerte hinter stecken. Die SAS hat erstmal die Ziele erreicht, und dass da einfach nicht nur die Ziele erreicht, So, als allererstes herzlich willkommen zum ersten Door-to-Door High-Performer-Seminar der SHAS. Ihr habt heute alle das große Glück, beim allerersten Seminar dabei zu sein, was jemals branchenübergreifend im Door-to-Door in Deutschland tatsächlich stattfindet. Das Event ist natürlich besonders, weil man vor allem mit den Menschen jetzt in Kontakt kommt und weil man Gespräche führen kann. Die Leute drumherum, dass man wirklich die erfolgreichen Leute, die man sonst nur aus den Videos kennt, mal live kennenlernt und sich da auch austauschen kann. Der größte Mehrwert an diesem Event sind die Leute. Wie funktioniert es dann wirklich mal so eine ganz hohe Zahl zu machen? Ganz besonders diese positive Energie. Also hier sind die Leute mit Spaß dabei. Man merkt, dass es alle gerne tun und das steckt einen unheimlich an und motiviert einen. Am heutigen Event hat mir tatsächlich am besten mein Vortrag gefallen. Nein, Spaß beiseite. Das Netzwerken war einfach sehr wichtig, kommunikativ mit den ganzen Leuten sich zu connecten. Also ich hoffe, das Steak wird gleich schmecken. Wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen Erfolg haben und das spürt man auch und das nimmt man ja auch mit nach Hause. Also einmaliges Event. Und so wächst man halt.